Ein paar Jahre später wurden drei der vier Männer festgenommen und sie wurden vor Gericht gestellt. Und schließlich wurden sie verurteilt, sie erhielten lebenslange Haftstrafen. Am Ende des Prozesses wandte sich Schahani, die Ehefrau, an die drei Mörder. Und sie sagte ihnen, trotz allem, was ihr meinem Mann angetan habt, vergebe ich euch. Im Namen meines Herrn Jesus Christus vergebe ich euch. Und ich hoffe, dass ihr eines Tages eure Herzen für ihn öffnen werdet. Herzlich Willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. Danke, dass ihr heute dabei seid, wenn es weitergeht mit Pete aus Manila, aus den Philippinen. Danke Pete, dass du da bist. Danke auch dir. Pete, wir wollen heute ein neues Land betreten, in ein neues Land fliegen, und zwar nach Bangladesch. Du warst in Bangladesch, du hast dort auch die Arbeit aus der Taufe gehoben. Und kannst du uns ein bisschen reinnehmen in dieses Land? Wie sieht es in Bangladesch aus? Das mache ich gerne. Wenn ich an Bangladesch denke, fallen mir drei Worte ein. Menschen, Elend und Chancen. Bangladesch hat rund 170 Millionen Einwohner. Es ist eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt und hat neben Indonesien, Pakistan und Indien auch eine der größten muslimischen Bevölkerungen der Welt. Ich denke auch an das Elend. Denn es ist ein Land, das von Armut geprägt ist. Die Armut ist dort so groß. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Land häufig von Wirbelstürmen und Monsunregenfällen getroffen wird, die große Teile des Landes verwüsten. Fast jedes Jahr werden sie von den riesigen, starken Zyklonen heimgesucht. Und das bringt viel Elend über das Land. Aber weiter denke ich auch an die Chancen. Denn es gibt eine große Hinwendung zum Herrn Jesus Christus, trotz der Tatsache, dass es ein islamisches Land ist. Wenn du nach Bangladesch reist, wird dir auffallen, dass es in den Städten Kirchengebäude gibt. Das liegt daran, dass es dort einen gemäßigten Islam gibt, ähnlich wie in Indonesien. Vor allem in den Städten genießen Christen ein gewisses Maß an Freiheit. Aber wenn man sich aus der Stadt in die Dörfer begibt, sieht man die Verfolgung. Wie kommt das? Weil dort muslimische Geistliche den größten Einfluss haben. Sie können die Menschen leicht manipulieren und sie dazu bringen, Christen anzugreifen. Und ein Großteil der Verfolgung in Bangladesch findet in diesen Gebieten statt. Das ist also Bangladesch. Menschen, Elend, aber auch große Chancen. Wir kennen einen Pastor, mit dem wir zusammengearbeitet und den wir unterstützt haben. In nur zehn Jahren gelang es ihm, 148 Hausgemeinden mit 8000 neuen Christen zu gründen. Die meisten von ihnen muslimischer Herkunft. Das ist extrem. Genau. Und er sagt, die Leute springen einfach ins Netz. Man muss nicht nach ihnen fischen. Sie sind wie Fische, die selbst ins Netz springen. Warum denkst du, ist das so? Nun, es ist wegen der Entdeckung, die sie machen, dass Jesus der Einzige ist, der ihnen Glück und Zufriedenheit im Leben geben kann. Und sie finden das Leben der Christen so attraktiv. Sie sehen ihre Liebe zu anderen Menschen. Die Freundlichkeit und die Güte und das Leben der Christen. Und das zieht Muslime zum christlichen Glauben. Wenn du sagst, die Freundlichkeit gegenüber auch den potenziellen Feinden, hast du eine Geschichte, die dir in den Sinn kommt, die das unterstreicht? Ja, natürlich. Es gab schon viele Grausamkeiten gegen Christen. Und einige von ihnen sind traurige Vorfälle. Es gab einen Arzt namens Ghani. Er war ein Arzt, der im Dorf sehr beliebt war. Er war sehr mitfühlend und er lebte außerhalb der Stadt. Und so hat er die Dörfer dort versorgt. Er bot seine Dienste kostenlos an. Es gab ihm die Möglichkeit, mit den Nachbarn in Kontakt zu treten. Und sie haben angefangen, ihn zu lieben und zu bewundern. Und sein Leben hat Menschen zum Herrn Jesus Christus geführt. Aber nicht alle waren glücklich. Den Extremisten gefiel es nicht, dass er Muslime für Jesus gewonnen hat. Deshalb haben sie ihn gewarnt, weiter zu predigen und über Jesus Christus zu lehren. Aber er wollte lieber Gott gehorchen als den Menschen. Eines Abends, als er auf dem Heimweg war, wurde er von vier Männern mit scharfen Messern angegriffen. Sie stachen ihn in mehrere Körperteile und schlitzten ihm den Hals auf, bis dieser fast vom Körper abgetrennt war. Es war ein brutaler Mord. Und die Nachbarn konnten nicht verstehen, warum diese Menschen einem so liebenswürdigen, gütigen Menschen so etwas antun konnten. Und die vier Männer konnten entkommen. Man konnte sie nicht finden. Die Ehefrau nahm seinen Körper mit nach Hause. Sie haben zwei junge Töchter im Teenager-Alter, die das alles gesehen haben. Und trotz allem versprach die Ehefrau Jesus etwas. Sie sagte, Herr, egal was passiert ist, ich werde das Werk meines Mannes weiterführen. Wir werden bleiben und die Arbeit meines Mannes fortsetzen. Genau das taten sie. Es war so erschütternd, besonders für die jungen Mädchen, die damals Teenager waren. Ein paar Jahre später wurden drei der vier Männer festgenommen. Und sie wurden vor Gericht gestellt. Und schließlich wurden sie verurteilt. Sie erhielten lebenslange Haftstrafen. Am Ende des Prozesses wandte sich Schahani, die Ehefrau, an die drei Mörder. Und sie sagte ihnen, Trotz allem, was ihr meinem Mann angetan habt, vergebe ich euch. Im Namen meines Herrn Jesus Christus vergebe ich euch. Und ich hoffe, dass ihr eines Tages eure Herzen für ihn öffnen werdet. Die drei Männer waren ungehalten. Sie verhöhnten sie und riefen, Allahu Akbar. Das bedeutet, Allah ist größer. Und sie wollten nichts mit ihr zu tun haben. Damit war die Begegnung beendet. Wir wissen nicht, ob die drei Männer aufgrund der Vergebung, die sie von der Frau erhalten haben, schließlich zu Jesus Christus gekommen sind. Aber das war der Frau egal. Denn für sie war es wichtig, zu vergeben. Das hat sie getan. Und dann lag es in den Händen Gottes. Eine Lektion, die ich daraus gelernt habe, dass wir unseren Teil tun. Wir tun unseren Teil des Vergebens. Und es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, in den Herzen der Menschen zu wirken, nicht meine. Also überlasse ich das Ergebnis dem Herrn. Ich glaube, du machst da gerade ein Riesenthema auf. Vergebung. Entschuldige, das ist echt so eine ergreifende Geschichte. Aber es ist einfach so undenkbar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie erhofft hat, dass diese Männer sagen, das gibst du uns, das schenkst du uns, Vergebung schenkst du uns, dann nehmen wir doch Jesus an. Aber nein. Und dass sie sich dann nicht umdreht und bitter wird. Oder dass sie nicht eine Bedingung stellt und sagt, Gott, ich vergebe, aber bring die Bitte zu dir. Das ist so viel. Und es heißt wirklich so, Vergebung ist eigentlich etwas richtig Intimes zwischen Gott und uns selbst. Hat noch nichts zu tun. Das verstehe ich aus deiner Geschichte. Hat noch nichts zu tun damit, ob jemand anders dir auch die Hand gibt und sagt, danke. Es ist wirklich auf einem ganz anderen Level, was hier passiert. Nun, genau darum geht es bei der Vergebung. Wahre Vergebung bedeutet, loszulassen. Es bedeutet, das Fehlverhalten gegen einen selbst loszulassen. Und man überlässt die Angelegenheit ganz Gott. Und wenn du das tust, wirst du von dem Hass und der Bitterkeit befreit, die der Feind in dein Leben pflanzen möchte. Und aus dem Leben unseres Herrn Jesus Christus lernen wir, dass er vergab. Als er am Kreuz hing, vergab er seinen Feinden. Er ist uns darin ein Beispiel, damit wir ihm nacheifern. Ich weiß nicht, ob ich noch kann, aber ich würde trotzdem gerne noch eine weitere Geschichte hören. Ich bin schon jetzt am Ende, verstehst du? Aber ich würde gerne noch eine Geschichte hören von dir. Ja, ein anderer lieber Bruder, den ich in Bangladesch kennengelernt habe, heißt Bruder Mir. Oder Pastor Mir. Der Herr hat ihn berufen, in ein sehr islamisches Gebiet zu gehen. Er brachte seine Familie mit. Sie hatten zwei kleine Kinder. Und die Nachbarn sahen zum ersten Mal in ihrem Leben Christen. Es war also ein sehr schwieriges Gebiet, um dort als Christ zu leben oder als Pastor zu arbeiten. Aber er gewann an Boden. Er begann, die Herzen der Menschen zu gewinnen. Insbesondere die seiner Nachbarn. Das ist ihm gelungen. Sie begannen, ihn zu lieben und zu respektieren. Die Familie war freundlich zu den Nachbarn. Sie teilten alles. Und genau wie im Fall von Dr. Ghani gefiel das nicht jedem. Er wurde bedroht. Aber er war fest davon überzeugt, dass Jesus sie dort haben wollte. Und die Ehefrau beschwerte sich nicht im Geringsten. Die Frau ordnete sich voll und ganz ihrem Ehemann unter. Der spürte, dass der Herr sie dorthin gerufen hat. Eines Abends, als er auf dem Heimweg war, er war mit seinem Fahrrad unterwegs, da kamen zwei Männer auf ihn zu und stachen sieben oder elf Mal auf ihn ein, und zwar an den empfindlichsten Stellen seines Körpers. Er fiel zu Boden. Das reichte einem der Männer nicht, und er nahm eine Pistole, steckte sie ihm in den Mund und schoss. Es war eine sehr blutige Szene. Und die Mörder rannten weg. Die Nachbarn sahen, was passiert war. Sie hatten Mitleid mit ihm und brachten ihn ins Krankenhaus. Sie waren überzeugt, dass er tot war. Aber im Krankenhaus waren die Ärzte überrascht, dass er noch lebte. Die Kugel trat hinter seinem linken Ohr wieder aus. Aber sie zerschmetterte seine Zähne und seine Zunge. Nur ein Stück der Zunge blieb übrig. Aber er überlebte. Doch es waren sechs komplizierte Operationen nötig, um ihn zu retten. Während er sich im Krankenhaus erholte, kamen Freunde und Pastorenkollegen, um ihm zu helfen. Ihm wurde geraten, den Ort zu verlassen. Ja, klar. Er solle sich an einen sicheren Ort begeben, bis sich die Lage beruhigt, denn es sei sehr gefährlich für ihn, dorthin zurückzukehren. Seine Antwort war, lasst mich darüber beten. Ich möchte wissen, was Gott von mir will und was ich tun soll. Das zeigt, was für ein Pastor er ist und wie sehr er sich dem Willen des Herrn verpflichtet fühlt. Und so betete er mehrere Wochen lang. Er betete und ging dann zurück zu den Pastoren, die ihm diese Frage gestellt hatten und die mit ihm beteten. Und er sagte, Gott sagt mir, dass ich bleiben und meinen Dienst fortsetzen muss. Ich werde hier dienen. Und genau das hat er getan. Er ging zurück nach Hause und machte mit seinem Dienst weiter. Und heute hat er dort eine Hauskirche. Ich traf ihn vor ein paar Jahren in Bangladesch, als er an unserem Seminar Feststehen im Sturm teilnahm. Und er erzählte uns seine Geschichte. Das Seminar begann mit einer Anbetungszeit. Und er stand direkt neben mir. Und er hat gesungen. Aber ich konnte wegen seiner Verletzung kaum verstehen, was er sah. Ja, weil er kaum was übrig war. Ja. Es war auf Englisch, also wusste ich, dass er nicht die richtigen Worte sah. Da habe ich mich gefragt, wie er predigen und anderen dienen kann, wenn man ihn kaum verstehen kann. Einige der Pastoren dort sagten, so sei das nun mal. Er bleibt dort und die Leute verstehen ihn, auch wenn es ihnen schwerfällt. Aber er hat nicht aufgehört und er wird nicht aufhören, so zu arbeiten, wie Gott es ihm aufgetragen hat. Und er ist jetzt auch noch dort, um in diesem Dorf zu dienen. Also ich weiß gar nicht, was ich denken soll. Wirklich. Es ist so, es ist eine Geschichte, die so voller Wunder ist. Und es ist auch, ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn diese vielen Menschen vor ihm sitzen, ihn predigen hören und kaum verstehen, was er sagt. Aber vielleicht ist es einfach auch nur diese Hingabe an Gott, zu sagen, weißt du, ich stehe hier und ich weiche nicht von dieser Stelle. und das transportiere ich zu euch. Das lege ich euch ins Herz und ans Herz. Das ist ohne Worte. Weil es ja auch wieder die ganze Familie betrifft. Es ist ja nicht nur er alleine. Es ist die ganze Familie, die Ja dazu sagt, die bleibt. Das sagt viel über die Familie aus. Insbesondere über die Ehefrau. Ja. Die Unterordnung, die sie ihm zeigt und die Hingabe, das gleiche Engagement, das sie an den Tag legt. So leben sie ihr Leben in einer solchen Umgebung. Das ist ein Bild davon, was auch woanders passiert. In vielen Teilen Indonesiens wird auch brutal gemordet. Und doch leben sie ein Leben, das uns in Staunen versetzt. Ja. Würdest du sagen, zurück zu Bangladesch, das ist eine Besonderheit unter den Christen in Bangladesch, dass sie sich so Jesus hingeben und so nicht nach rechts, nicht nach links schauen, einfach nur auf ihn gerichtet ihren Weg gehen? Ich denke, es hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie der Heilige Geist in ihrem Leben wirkt und sie von ihm abhängig macht. Nicht nur, was die Versorgung mit den Nötigsten angeht, denn viele von ihnen kommen aus den ärmsten Verhältnissen, sondern auch die Versorgung, die Befähigung, die sie vom Heiligen Geist erhalten, um weiterzumachen, egal, was passiert. Sie sind abhängig von Gott, vollkommen abhängig von Jesus. So bleiben sie ihm treu, egal, was passiert. Und das sogar mit einem geringen Verständnis der Bibel. Denn nicht viele von ihnen haben nur ein wenig Bildung erhalten. Und doch nehmen sie alle Lehren aus dem Wort Gottes auf und leben sie aus. Das ist es, was sie zu Siegern macht. Pete, danke dir herzlich für diesen kurzen Einblick in dieses wertvolle Land Bangladesch. Wenn du möchtest, bete in dieser Woche für unsere Brüder und Schwestern in Bangladesch, dass sie stark sind, dass sie von Gott bekommen, was sie brauchen und alles, was Gott dir noch aufs Herz legt. Freu dich aufs nächste Mal. Wir freuen uns auf dich. Tschüss. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de slash magazin www.opendoors.de www.opendoors.de